Leo Dropping in Olympia Park ist der größte Spielplatz in ganz München für Biker So nice Alter Alter Ja, es ist halt was geht. Willkommen zurück zu einem kleinen Video Zu einem Zusammenschnitt von allen Olympia Park Videos, die noch nicht online gegangen sind Weil wir einfach vergessen haben ein paar Videos aufzunehmen Beziehungsweise keine Zeit hatten Und genau deswegen konnte es diese Woche dieses Video Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß Ich bring den Sprung, weil der ist nochmal 50 mal geiler als der andere So cool Ich habe keine Komplikation, aber Ja 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 okay Ja okay Ja Ich bin richtig viel Speed rein Oh Gott da unten ist eine Oma Oh 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 Unkomplikation Olympia Park ist der größte Spielplatz in ganz München für Biker Was? Unkomplikation Ja Die bauen einfach ohne das sie wollen eine Börme dahin Haha schon ne Let's go Voll Speed so geil so nice so geil see what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon I'm a 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 phenomenon Yeah, you better listen I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping away I'll have your fucking head spinning I'm known as spit vicious, release bombs, they go tick tick Boom, you blow me that head missing I'm a phenomenon, stacking cheese like it's parmesan Eight different flows, call me Octomom I'm moving fast like the Autobahn And I'm independent So I'm not your fucking starving like it's Ramadan Sick twisted gift And can't copy Britain Can't hold me down I shape shift, I'm liquid Ob er behindert ist? Man weiß es nicht Will ich doch nochmal mache Will ich nochmal mache? Ich schneid aber trotzdem rein Ich fühle mich so aus 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 Jetzt reicht's doch mal wieder mit dem Sexisch Wunderschön So ein Fahrt. So ein Fahrt. Wahrscheinlich eh nicht. Boah, alter! Video kommt. Weitsprung. So, der O-Ring ist unten. Das heißt, wir sehen jetzt, wie weit die Federgraube einschlägt. Auf geht's. Okay, der hat sich besser angefühlt von der Landung her. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.